Zwischen diesen Stars scheint die Chemie zu stimmen. Seit Anfang September kursieren wilde Liebesgerüchte um Leonardo DiCaprio. Der Schauspieler soll niemand Geringeren als Supermodel Gigi Hadid daten. Die zwei werden immer häufiger gemeinsam gesichtet. Zuletzt sind die beiden zeitgleich bei der Mailänder Fashion Week. Was ist dran an den Spekulationen? Ein Insider plaudert jetzt aus dem Nähkästchen. Gigi und Leo sind ein echtes Paar. Der Titanic-Star und der einstige Victoria's Secret Angel sollen glücklich sein. Sie hängen viel zusammen ab und sind sehr verliebt ineinander. Eins ist sicher. Ob Freundschaft oder Beziehung, Leo und Gigi verbringen viel Zeit miteinander.